Hallo, hier ist der Dodo Kai oder Dodo Kay, wie der Schwabe sagt, ich bin der heutige Wetterbote und ich habe jetzt einen Zettel gekriegt, weil ich habe überhaupt nicht in die Wettervorhersage geguckt, aber morgen steht wohl ein güldener Oktober bevor, das heißt, die Sonne knallt wie die Sau und hier ist es so schön formuliert, an den Temperaturen wird noch gearbeitet, ich denke, als Schwabe sage, es wird aber leider erst kalt, also zieht euch einen warmen Kittel an, dann verfriert ihr euch. Viel Spaß morgen. Auf einen trüben Mittwoch folgt ein schöner Donnerstag. Der Tag beginnt zwar mit Nebel, darauf folgen aber bis zu 10 Stunden Sonnenschein. Die Luft erwärmt sich dabei auf bis zu 17 Grad. Nachts liegen die Werte bei maximal 9 Grad. Der goldene Oktober geht weiter, zumindest am Freitag. Da erscheint die Sonne noch einmal vom wolkenlosen Himmel und treibt die Temperaturen bis über die 20 Grad Marke. Die Temperaturen bleiben das Wochenende über etwa auf diesem Level. Am Samstag ist der Himmel überwiegend bedeckt, am Sonntag kehrt die Sonne dann aber zurück.